Hey, yo, was geht ab? Hier ist der Paper vom Kanal MAPEH4 und willkommen zu einem neuen LoL of the Week. Ja, diesmal mit einem 1337 Special, deswegen auch vier Clips. Wir fangen an mit Moritz auf der Karte Outpost, der bei Hardcore-Suchen zerstört einen sehr nicen Abschluss bekommt, indem er die Tube vom Gegner kaputt macht und den tötert. Der nächste Kill ist von Exo Firewall mal wieder, der einen richtig sneaky Beaver-haftigen Ninja-Defuse macht, indem er sich einfach hinter den Gegner legt, zack, hier an der Stelle auch nochmal den Facebook-Daumen nach oben und den Gegner damit Embarrassed Ninja entschärfen und what, dang, bam, tja, leider zu spät gekommen. Der nächste Clip stammt von Exo Core, er will auf der Karte, dome, oh yeah, er sagt schon im Skype, dass er jemanden mit der Tube jetzt wegholen will, schießt zwei Dinger in die Luft, die fliegen und fliegen und fliegen, einer trifft dich, aber der andere, bam, holt den weg. So, der letzte Clip stammt von mir und zwar ist es ein Pepe vs. Wall-E-Clip, nein, ich meine natürlich Sold-Drohne, ja, fight. So, ich beginne damit, ja, indem ich mich einfach mal verstecke. Das Ding umkreist, äh, umkreist mich und ich warte und es umkreist mich nochmal und er sieht mich einfach nicht. Fail des Todes bei einem Hardcore-Suchen-Zerstörungspiel, wo ich halt einfach der letzte Gegner bin und er sieht mich nicht, obwohl, glaube ich, auch ein Viereck um mich kommen müsste. Ja, egal, ich hole den letzten Gegner jetzt hier noch weg und beende den Clip ganz sauber. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bewertet es doch oder guckt auf unserem Kanal vorbei für weiteres Zeugs. Wir sehen uns, haut rein, tschausen! Wir sehen uns, haut rein, tschausen!